Bist du bereit, dich deiner eigenen Schattenseiten zu stellen? Dann ist dieses Video genau für dich, denn ich erkläre dir, wie du mithilfe der Astrologie in deinem eigenen Horoskop Schattenseiten deiner eigenen Persönlichkeit entdecken kannst. Das sind sogenannte Blind Spots, also blinde Flecken oder ein Blinderfleck in deiner eigenen Persönlichkeit, dem du dir nicht bewusst bist, dem du dir aber bewusst werden kannst, indem du dich ihm stellst. Das sind oftmals vor allem dunkle Seiten unserer Persönlichkeit. Das ist basiert auf dem Prozess der Schattenarbeit, die wir von unserem Psychoanalytiker Carl Jung kennen, den wir eben auch in der Astrologie sehen können, in bestimmten Bereichen, in dem Horoskop. Und es ist ein Prozess sich des Bewusstwerdens, also es ist recht psychologisch. Und ich lade dich ein zu der Serie von der Psychologie eines jeden Tierkreiszeichens. Das heißt, der Grundtypus kommt mit gewissen Schattenseiten. Und es geht darum, sich dessen bewusst zu werden. Und das ist der Leitsatz von Carl Jung, das Unbewusste bewusst machen. Und das ist auch ein Prozess, den wir eben mithilfe der Astrologie möglich machen können, Teile unserer selbst zu hören, erkennen, zu sehen und vielleicht aufgrund dessen auch anzunehmen oder zu verändern. Und unsere Realität damit auch beeinflussen zu können, wenn wir uns diesen Dingen überhaupt bewusst sind. Weil ja, 90% unseres Verhaltens passiert eigentlich auf unbewusster Ebene. Und wenn dein Leben gerade nicht so läuft, wie du eigentlich möchtest, oder du immer wieder dieselben Herausforderungen erlebst, ist das vielleicht ein Teil in deiner eigenen Persönlichkeit, der dir einfach nicht bewusst ist, der diese Umstände in deinem Leben auch kreiert. Also, wenn dir das gefällt und du mich noch nicht kennst, ich bin Hannah. Ja, ich bin Astrologin, habe aber auch einen psychologischen Hintergrund. Das heißt, bei mir geht es vor allem auch um die Reflexion, also sich dessen eigenen Selbstbewusstwerdens durch die Astrologie. Und wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann spätestens jetzt, dann verpasst du nämlich auch kein Video von mir, wenn ich eben weiter Content für zum Beispiel diesen Bereich veröffentliche. Aber auch allgemein, wenn du noch mehr über Astrologie lernen möchtest oder zeitaktuelle Qualitäten, all das findest du auf diesem Kanal. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dazu stößt und Teil dieser schönen Community wirst. Ja, wir sind jetzt in so einem Bereich, der natürlich teils psychologisch ist. Und da geht es viel um die Selbstreflexion, die wir eben vor allem mit der Astrologie auch in uns selbst anregen können. Und im eigenen Horoskop haben wir verschiedene Bereiche, Lebensbereiche, die du erkennst im eigenen Horoskop markiert durch Zahlen in diesem großen Kreis. Diese Zahlen markieren Häuser, Lebensbereiche. Und es gibt bestimmte Lebensbereiche, die wir im eigenen Horoskop als unbewusst bezeichnen. Und das sind vor allem, ja, das siebte, vierte und das achte und auch das zwölfte Haus. Das heißt, ich erkläre dir ein wenig, um was es sich bei diesen Häusern handelt und werde eben auch eine Serie veröffentlichen, wo jedes Tierkreiszeichen und seine eigenen Schatten in diesen Bereichen, ja, von mir erklärt wird. Ja, das erste Haus, auf das wir einmal schauen, ist das siebte Haus im Horoskop. Und das siebte Haus wird markiert durch deinen Deszendenten. Das ist das Tierkreiszeichen gegenüberliegend von deinem Aszendenten. Und wenn du dich mit Astrologie schon ein bisschen beschäftigst, dann weißt du, dass der Aszendent du bist. Das bist du, dein Aszendent markiert dein erstes Haus. Und das ist das, wie du in die Welt reingehst und wie die Welt dich auch von außen wahrnimmt. Und dein siebtes Haus, das gegenüberliegende Haus, ist das deiner Partnerschaften. Also hier kommst du in die Verbindung mit jemand anders, mit einem Partner. Ob das freundschaftlich, beruflich, privat, romantisch ist. Das ist jegliche intime oder 1 zu 1 Beziehung auf einer Ebene, wo es ja um das Zusammenkommen geht. Ja, es ist das Haus, was wir eben mit Partnerschaften und auch das der Ehe assoziieren, aber auch das mit offenen Feinden. Und es ist ein Haus, was auch eine Schattenseite von dir selbst repräsentieren kann. Und warum? Ich habe dazu mal ein Video gemacht. Und da erkläre ich es ausführlich nochmal. Wenn du wirklich in das Thema tiefer einsteigen möchtest, empfehle ich dir nochmal, dir das anzugucken. Ich möchte dich hier natürlich abholen und eine allgemeine Zusammenfassung geben. Aber schau dir gerne nochmal Descendent, Ascendent an. Auch das zu deinem Ascendenten, um schon mal einen kleinen Vorgeschmack davon zu bekommen, was denn diese Partnerschaft sozusagen als Schatten dir selbst auch zeigen kann. Denn ja, wir haben dort in unserem Partner ganz oft versteckte Teile unseres Selbst, die wir aber gar nicht in uns anerkennen, sondern nur in unserem Gegenüber sehen. Und das Schöne in der Astrologie ist, dass Tierkreiszeichen eben immer einen gegenüberliegenden Partner haben, also nichts voneinander getrennt. Und gerade das gegenüberliegende Tierkreiszeichen hat immer so eine extreme Polarität, also von wegen, das ist schwarz, das ist weiß. Und die denken, die haben nichts miteinander gemeinsam, aber haben sie doch sehr wohl, wenn man ein bisschen genauer hinblickt. Und ja, das heißt auch, dein Gegenüber spiegelt dir oftmals Eigenschaften oder Qualitäten wider, die du selber in dir nicht siehst, anerkennst oder annehmen möchtest. Das heißt, es muss nicht nur positiv sein oder negativ, also es kann sowohl als auch sein. Das heißt zum Beispiel, siehst du eine Person in deinem Gegenüber, der immer sehr hilfsbereit ist und großzügig, dann sind das vielleicht Eigenschaften, die du selber auch hast, aber gar nicht in dir anerkennst, sondern nur in deinem Außen siehst. Und das Außen möchte dir das aber widerspiegeln, dass auch du diese Qualität in dir trägst. Wir haben das aber vor allem auch oftmals eher in so einer Schattenseite, wo es sich als eine niedrige Entwicklung ausprägt, als etwas, was wir komplett von uns ablehnen. Also Eigenschaften, die du in anderen siehst und ablehnst, die aber eigentlich ein Teil von deiner eigenen Persönlichkeit auch darstellen. Das ist so, dass wir merken, dass Beziehungen und Menschen uns vor allem sehr viel spiegeln können. Das ist der erste Schritt. Wir Menschen sind keine Einzelgänger, sondern wir sind dafür gemacht, in Verbindung mit unserem Außen zu gehen. Und es ist wichtig, weil wir dadurch sehr, sehr viel über uns selbst auch lernen, in dieser Reflexion von meinem Gegenüber. Und wenn ich jemanden treffe, der immer egoistisch ist und selbstbezogen ist und ich das total scheiße finde, dann ist das aber ein Teil von mir selber, wo ich drüber nachdenken muss, warum finde ich das so doof? Warum lehne ich das ab? Gibt es einen Teil in mir selbst, der eigentlich auch gerne sich einfach mal mehr durchsetzen wollen würde? Oder der mehr einfach mal sein Ding machen wollen würde, ohne dabei zu gucken, was die anderen davon halten oder wie andere das bewerten könnten. Das ist zum Beispiel eine Polarität von einem Aszendent Vage mit Deszendent Widder. Das heißt, ihm begegnen in Beziehungen vor allem Menschen, die vielleicht ja sogar sehr impulsiv sind und vielleicht sogar gar aggressiv sind. Und das sind Teile, die dieser Mensch selbst vielleicht gar nicht in sich sieht oder die in diesen Beziehungen immer in ihm getriggert werden und er dann sagt, du machst mich immer so. Das ist so ein bisschen eine Verantwortung, die wir dann gerne abgehen. Von wegen dir fahre ich so an die Wand oder werde ich überhaupt so wütend? Das ist eigentlich eine Wut, die sogar in dir immer drin war, die du aber selber vielleicht nie gelernt hast auszudrücken und die du aber lernst, in Beziehungen überhaupt wahrzunehmen, dass es ein Teil von deiner Persönlichkeit ist, den du aber vielleicht gerade in jungen Jahren gar nicht als Teil von dir selbst bestätigt bekommen hast oder gesehen bekommen hast und den du nun im Laufe deines Lebens vor allem in diesen Partnerschaften lernst, für dich selber wieder anzunehmen. Also oftmals Eigenschaften, die wir ablehnen in anderen, sind eigentlich Dinge, die wir in uns selbst auch annehmen müssen. Also ein ganz starker Prozess der Projektion, der da auch gerne mal stattfindet, Eigenschaften auf andere Menschen zu projizieren, wie zum Beispiel so eine Stier-Skorpion-Achse, wäre zum Beispiel, dass der Skorpion sagt, boah, du bist immer so stur. Und dabei eigentlich merkt, dass er selber eigentlich auch unglaublich stur sein kann. Also es geht viel um Reflektionen, die wir vor allem durch unseren Partner gewinnen können, wo es vor allem darum geht, eigentlich einen Ausgleich der eigenen Persönlichkeit zu finden. Und das passiert natürlich aber alles eben unbewusst. Deswegen ist es ein Schatten, dem wir uns erstmal bewusst werden müssen und wo wir im Prozess der Reflektion das auch in uns selber annehmen können. Also das siebte Haus ist auch das der offenen Feinde, wo wir manchmal merken, dass zum Beispiel unser Ehepartner auch ein Feind werden kann und uns quasi eine Schattenseite von uns selbst, sogar im schlimmsten Fall in einem Ehekrieg, zeigen kann. Also all das ist möglich mit dem siebten Haus. Also guck gerne, wo du auch Venus hast, das ist der natürliche Herrscher von dem siebten Haus oder auch das Tierkreiszeichen Waage, um noch mehr über diese Tendenz von Partnerschaften und Beziehungen in deinem Leben zu erkennen, wo sich mögliche Schattenseiten in deinem eigenen Leben ausdrücken. Das ist aber sozusagen ein Schritt, der so ein bisschen weiter geht. Das achte Haus ist das, was wir assoziieren mit, wenn es überhaupt ein Haus gibt, mit der Psychologie. Also es ist das Haus der Transformation. Warum Transformation? Weil es hier vor allem um die Themen wie Macht und Kontrolle, aber auch den Verlust dessen geht. Und das erleben wir durch höchst traumatische Ereignisse, im schlimmsten Fall, aber eben auch durch das Tiefergehen und das Tieferblicken. Also es ist so ein Haus, wo wir gezwungen werden, wirklich uns unsere eigenen Schattenseiten zu stellen. Und es ist höchst komplex, weil das ist das, wo wir eigentlich die Sachen ganz, ganz tief vergraben haben und da eigentlich nicht hingucken wollen. Und das ist so ein bisschen dieses Augen zu und es ist nicht da. Aber weil wir genau wissen, dass es da ist und wir es immer vermeiden, ist es etwas, was doch irgendwie immer wieder Kontrolle auch über uns gewinnt und wir uns eigentlich dieser Angst auch stellen müssen. Also jeder Mensch wird im Laufe des Lebens sich seine eigenen Schattenseiten auf irgendeine Art und Weise in diesem Haus stellen müssen. Da haben wir keine Wahl drüber. Und das heißt auch, das kann für den einen oder anderen höchst sensibel und triggernd sein. Also all das, was dort passiert, ist etwas, was wir aus gutem Grund weggesteckt haben, aber eigentlich auch unsere größte Transformation sein kann, weil es vor allem darum geht, etwas, ja, manchmal in dem Prozess von Tod und Wiedergeburt als komplett neu zu transformieren. Das ist etwas, wo wir, ja, Themen wie Macht und Kontrolle eben finden, wo wir auch, ja, so eine Art von selbstzerstörerischen Tendenzen haben, die wirklich in so eine Tendenz geht von, ja, von Gefühlen wie Eifersucht, Manipulation, Kontrolle, Rache, Wut. Das sind so Sachen, die aber ganz oft auch gegen uns selbst gelenkt sind oder die wir auf das Außen projizieren und überhaupt nicht als Teil unserer selbst auch anerkennen. Also das ist wirklich der Schatten, der dich aber auch menschlich macht und uns alle menschlich macht und den wir haben, der dazu hilft, auch ein tieferes Verständnis über dich selbst zu finden. Also, ja, es kann, wie gesagt, für den einen oder anderen wirklich ein Trauma sein, tief versteckte Ängste. Menschen, die vor allem persönliche Planeten dort haben, erleben eine große Transformation eben in diesem Bereich des Planeten, der dort ist sozusagen. Also wir haben da keine Wahl. Das heißt, dieser Mensch hat einen sehr starken Fokus auf diesem Bereich und möchte dort vor allem transformieren. Aber wir alle haben ein achtes Haus und wir alle haben sozusagen, ja, etwas im Schrank ganz unten versteckt, was wir nicht angucken wollen. Was aber auch wirklich uns hilft, ja, mehr Tiefe zu erfahren, mehr Tiefe und Verletzbarkeit und Ängste oder Gefühle wahrzunehmen, die wir oftmals, ja, eher versuchen nicht zu fühlen, die uns aber auch helfen, ja, mehr der Wahrheit nahe zu kommen. Also es ist ein Haus, wo wir, ja, Geheimnisse lüften und Wahrheiten finden, die manchmal auch nicht so schön sind, aber die dir helfen können, ja, Licht in das Dunkle zu bringen, damit es dich eben nicht weiterhin in deinem Leben kontrolliert, sondern dass du sozusagen ein Gefühl von Kontrolle und auch der Selbstermächtigung wieder erlebst. Es ist recht chaotisch, recht dunkel dort, aber es kann auch unglaublich heilsam sein, wenn man sich in diesem Bereich begibt und das ist ein Bereich, den wir vor allem eigentlich erst dann erfahren können, wenn wir auf eine tiefere Ebene mit anderen Menschen gehen. Das ist nicht umsonst das Haus von Sex und auch Intimität und das musst du dir vorstellen, wenn wir im siebten Haus heiraten und sagen, okay, ich verpflichte mich dir, ich unterschreibe einen Vertrag und wir einigen uns, wir sind zusammen verheiratet, bis der Tod, bis das der Tod uns scheidet und dann ist die Honeymoon-Face vorbei und dann zieht man zusammen und dann geht es aber darum, okay, wie viel Geld hast du eigentlich auf dem Bankkonto? Was ist eigentlich da mit deiner Mutter passiert? Und warum kannst du zum Beispiel, ja, dich beim Sex nicht auf das und das zum Beispiel einlassen? Das sind so Themen, die kommen eben dann hervor, wenn wir sozusagen in eine intime Bindung eingehen. Das heißt, wenn du ein intensives Gespräch führst mit einem Menschen, der dir vertraut ist oder eine intime Bindung eingehst oder eben auch das Gespräch mit dem Therapeuten öffnest. Also wir brauchen hier sozusagen die Verbindung mit anderen Menschen, um überhaupt an dieses Thema auch ranzukommen. Also du siehst, es ist etwas, was wir nicht alleine machen müssen, sondern vor allem mit anderen Menschen machen. So wie du deinen Schatten dir bewusst werden musst im siebten Haus, ist es auch im achten Haus etwas, wo wir ja teilweise eine Zeit erleben, wo wir alleine durchgehen müssen, aber auch vor allem Hilfe finden können, eben in diesen Themen wie der Psychologie, in der Okkult, in der Mystik und dort Wahrheiten empfinden oder lernen, die uns helfen können, einen Sinn dahinter zu sehen. Wenn du mehr zu deinem achten Haus auch erfahren möchtest, kannst du schauen, wo du das Tierkreiszeichen Skorpion im eigenen Horoskop hast, weil das auch ein Bereich ist, wo du transformierst, ebenso wie die Planeten Pluto und Mars, die eben auch im Zusammenhang mit dem achten Haus stehen. Ja, es ist wie gesagt, glaube ich, das, was oftmals ein Schlüssel sein kann für die Probleme, die wir vor allem in intimen Beziehungen haben. Hast du also dort Stolpersteine, dann solltest du vielleicht mal in dein achtes Haus schauen. Dann, wir haben das vierte Haus und auch das vierte Haus ist ein natürliches Wasserhaus, also das achte Haus assoziiert mit dem Tierkreiszeichen Skorpion, das ist Wasser, sowie auch das vierte Haus und das assoziieren wir auf natürliche Art und Weise mit dem Krebs, also es ist das, wo wir unser eigenes Zuhause haben und auch unsere Herkunft im Horoskop erkennen können. Also dein viertes Haus wird markiert durch den Imum-Koeli und das ist ein sehr, sehr sensibler Punkt in deinem Horoskop, weil es sozusagen dein tiefstes Inneres zeigt, was deine tiefste emotionale Sicherheit auch anzeigt, wie du sie findest und wie du sie auch erlebt hast, also wie du deine eigene Kindheit erlebt hast. Auch dieser Bereich, wie wir aufgewachsen sind, ist ein Teil, der uns ganz oft nicht bewusst ist, sondern unglaublich stark konditioniert ist. Wie wir Sicherheit empfinden und was wir als Sicherheit brauchen, ist etwas, was wir lernen in unserer Kindheit und das auf eine maßgeblich sehr, ja auf eine sehr starke Art und Weise durch unsere Erziehungsgeber, also durch unsere Eltern oder wer auch immer sozusagen dein Versorger war. Diese Menschen haben gerade, wenn wir klein sind, also wenn wir ein Baby sind und abhängig von unserem Umfeld sind, dann ist es etwas, wo sie sehr, sehr starken Einfluss auf unser Empfinden von emotionaler Sicherheit haben. Du kannst natürlich im eigenen Horoskop noch mal schauen, wo hast du das Tierkreiszeichen Krebs oder auch dein Mond stehen. Auch das zeigt dir mehr an, wie du vor allem emotional Sicherheit findest, was deine typischen Verhaltensmuster sind, was aber eben sehr, sehr stark konditioniert ist aufgrund dessen, wie du aufgewachsen bist und woher du kommst. Auch deine Eltern sind beeinflusst von ihren Eltern. Also es ist ein unbewusstes Haus, wo wir eben tief in die eigene Familiengeschichte blicken müssen und uns bewusst werden müssen, wie unser, ja, wie unser Zuhause uns auch beeinflusst hat und uns zu den Menschen gemacht haben, denen wir heute sind. Es ist teilweise etwas, was meist sehr, sehr automatisiert stattfindet und sich sicherlich auch in deinen Beziehungen ausdrückt, wenn du merkst, ich bin jemand, ich brauche Ruhe zu Hause und du merkst, dein Partner hat aber zum Beispiel am IC irgendwie Zwilling und er ist immer beschäftigt. Dann ist das etwas, weil er eine ganz, ganz andere Art hatte, wie er aufgewachsen ist zu Hause. Ja, also es ist etwas, was oftmals sich hinderlich erweisen kann, wenn wir merken, dass wir da in der Geschichte feststecken und dass gewisse Überzeugungen, die wir zum Beispiel gelernt haben aus unserer Kindheit, uns in der jetzigen Beziehung zum Beispiel hindern, näher einen weiteren Schritt zu gehen. Das heißt auch, wir müssen uns vor allem davon lösen, was uns in der Kindheit erfahren ist, was wir davon behalten wollen und was nicht. Aber es ist ein Prozess des sich Bewusstwerdens, erst mal dorthin zu blicken, wie bin ich denn eigentlich aufgewachsen und wie ist denn eigentlich meine Beziehung zu meiner Mutter? Und wo merke ich vielleicht gewisse Tendenzen, die sich in meiner jetzigen Beziehung auch widerspiegeln? So, das ist sicherlich ein Familienthema, was da getriggert wird für den einen oder anderen, wo ich gesagt hatte, dass es im achten Haus eben tiefpsychologisch deine tiefsten Ängste sind, die dort vielleicht hochkommen können, die dir teils gar nicht bewusst waren, dass du es überhaupt hast. Ist das vierte Haus eben etwas, wo du vor allem in die Vergangenheit deiner eigenen Kindheit blicken kannst und die sicherlich auch für den einen oder anderen emotional und herausfordernd sein kann? Das letzte Haus, was wir als Schattenhaus oder auch als unbewusstes Haus sehen können im Horoskop, ist das zwölfte Haus. Und das zwölfte Haus, ja, das ist das natürliche Haus, was du mit dem Tierkreiszeichen Fische assoziieren kannst. Also auch das ist ein Wasserhaus. Und das zwölfte Haus ist wirklich höchst komplex, denn es ist das letzte Haus und das ist sozusagen das, wenn wir im ersten Haus noch unseren Ich haben und unseren Ursprung und unsere Persönlichkeitsentwicklung in unserem eigenen nahen Umfeld haben und dann im Außen und dann wer wir in der Welt sein wollen, ist es im zwölften Haus etwas, wo wir sozusagen, ja, bei Gott ankommen oder dem Sinn des Lebens, wo wir merken, dass dieser sich aber auch teilweise wieder auflöst. Dass hier wieder die Dinge irgendwie verfallen und wir plötzlich dann am Ende unseres Lebens doch nicht mehr wissen, naja, was war denn eigentlich wirklich wichtig und was es davon bleibt oder was ist jetzt etwas, was ich vor allem mit dem Thema Tod assoziiere, glaube ich, dass es nach dem Tod nichts mehr gibt oder wie gehe ich damit um, wenn ich einen liebsten Menschen verliere. Die Trauer findest du im achten Haus, aber die selbstzerstörerische Tendenz vielleicht auch, wo ich vielleicht in Wut und Frustration komme, ist es im zwölften Haus etwas, wo ich vielleicht auch in eine Art von Vermeidung gehe, einem kompletten Ausblenden, einem kompletten Sich-Raus-Beamen, ist es so ein bisschen auch was, ja, wo wir gefordert sind, uns wirklich, wirklich zu ergeben. Wo wir uns im achten Haus unserer Schattenseiten stellen müssen und mutig sein müssen, ist es eigentlich im zwölften Haus etwas, wo wir gar nicht mehr kämpfen, sondern wo wir wirklich loslassen, wo wir wirklich verstehen, alles im Leben ist ein Prozess, das, ja, ein Kreis, der sich schließt und wo Dinge sich manchmal wieder auflösen und ihre Form verlieren, aber auch wieder eine andere Form annehmen, die aber eine weltliche Perspektive einnimmt, die nicht nur mich und meinen eigenen Kosmos und meine eigenen Schattenseiten betrifft, sondern wirklich auch das Kollektiv mit einbezieht. Es ist das, wo Menschen, vor allem mit viel zu weiften Haus, zum Beispiel, keine klaren Grenzen haben, weil sie, ja, alles fühlen. Wir alle Menschen haben Schmerz, wir alle fühlen uns vielleicht alleine, es ist das Haus der Isolation. Es ist nicht umsonst das Haus, was wir auch mit Selbstsabotage assoziieren, weil wir hier in eine Untätigkeit kommen, die teilweise auch, ja, sehr verwirrend sein kann. Du musst dir vorstellen, das ist so, wo wir im achten Haus noch unsere Taschenlampe nehmen können und einfach tief, immer tiefer gehen, ist es im zwölften Haus etwas, wo wir Nebel haben und wo wir wirklich anfangen zu verstehen, dass wir nichts sehen können, dass wir nur unserem Gefühl trauen können und dass, wenn wir einen Schritt nach dem anderen gehen, eine gewisse Sicherheit finden können in dem Nebel, der da ist, der aber vor allem, ja, einerseits in mir liegt, aber auch in dem Vertrauen mit dem Außen. Also es ist eins, ja, wo man tiefer in die eigene Psyche blicken kann, was aber wirklich sehr, sehr schwer ist, als Teil der eigenen Persönlichkeit anzunehmen für ein Selbst. Wir alle haben ein zwölftes Haus und wir alle haben ein Tierkreiszeichen dort stehen und meist ist das etwas, was eher hervorkommt, wenn wir wirklich loslassen. Das ist zum Beispiel, wenn, du musst dir vorstellen, wenn jemand betrunken ist und so ein bisschen entspannter wird und sich wirklich relaxed, dann ist das zum Beispiel, dann zeigt er zum Beispiel auch so Qualitäten vom zwölften Haus oder es ist wirklich etwas, wo er nicht weiß, dass er das wirklich selber auch an den Tag legt und dass es etwas ist, was er auch integrieren möchte in sich selbst. Leute mit vier zwölften Haus können dadurch sich oftmals auch alleine fühlen und lost fühlen, aber es ist eben deswegen eins, wo wir verstehen, wir haben Bedürfnisse, die wir manchmal selber gar nicht wissen, wie wir die überhaupt ins Leben bringen sollen. Also wenn wir zum Beispiel Löwe im zwölften Haus haben, dann ist das ein Mensch, der ganz, ganz tiefsitzend vielleicht doch den Wunsch hat, sich mal zu zeigen und gesehen zu werden, sich das aber nie im Leben zutrauen würde oder sich das selber vielleicht bewusst überhaupt zugesteht, dass das etwas ist, was er gerne für sich möchte. Wird sich der Mensch dessen bewusst, dass er eigentlich diesen Wunsch hat, dann merkt er, dass da eigentlich eine tiefsitzende Blockade vielleicht ist, die gar nicht mehr rational ist, sondern die teilweise auch schon irrational ist. Also wir haben hier ja sowas wie Paranoia oder auch Ängste, die sich in diesem Haus finden können, denen wir manchmal uns gar nicht bewusst werden oder die uns so sehr selbst sabotieren, dass wir gar nicht ins Handeln kommen. Und deswegen ist es ein Haus, wo wir sicherlich Vertrauen in Spiritualität, in Religion finden, in Glaubensrichtung, in alternative Heilung und vor allem auch diese Einsamkeit, die wir dort empfinden, vor allem in der Zusammenarbeit mit jemand anderes lernen können, also mit Heilern. Ob das ein Therapeut ist, der mit einem dahin geht oder allgemein das Gefühl, darüber zu sprechen, über das Gefühl von Einsamkeit oder von dem, der Blockade oder der Angst. Es ist ganz, ganz wichtig, dass diese Menschen vor allem mit einem 412. Haus, zum Beispiel im eigenen Horoskop, über ihre Ängste sprechen und sich denen sozusagen stellen, um zu verstehen, dass es vor allem etwas ist, was mit dem Ego assoziiert ist, was sie glauben, was gar nicht existent ist. Aber das Ego, wenn es getriggert wird und wir da Angst haben, dann ist das etwas, wo es um das Prozess des Loslassens geht. Also die Geschichte des Egos, die ich damit verbunden habe, der tiefen Verletzung, die ich zum Beispiel damals im Kindergarten oder in der Schule gelernt habe, als ich einmal gesungen habe und alle mich ausgelacht haben, derjenige, der 12. Haus Löwe hat, ist etwas, was ihn daran hindert, heute überhaupt jemals alleine für sich zu singen. Und das ist eine tiefsitzende Blockade, die er sich vielleicht gar nicht bewusst ist, weil er das einfach schon so gesagt hat, nee, ich singe halt einfach nicht, ist nicht für mich. Sich aber in dem Prozess dann merkt, dass diese Blockade zum Beispiel auch etwas ist, was eine Geschichte ist, die er an seinem Ego festhält, die aber gar nicht mehr real ist oder hier ist oder auch hier hingehört und ihm eigentlich dadurch vor allem auch blockiert, die schönen Seiten zum Beispiel von diesem Selbstausdruss des Singens überhaupt erleben zu können. Also Menschen stehen sich ganz oft selber im Weg, wenn sie hier gewisse Planeten zum Beispiel haben und sich dessen gar nicht bewusst sind. Also es ist das Haus, wo wir ja versteckte Feinde haben, aber meistens sind wir die Feinde wir selbst. Oder wir sehen eben nicht, dass andere Menschen natürlich uns auch schaden können, wenn wir keine Grenzen haben. Auch das ist ganz, ganz wichtig, wo wir uns in den anderen Menschen verlieren, in den Geschichten von anderen Menschen verlieren, nur damit wir keine Verantwortung für unser eigenes Leben übernehmen müssen. Genauso wie Talente, die wir glauben, wir sie nicht haben, aber die sehr wohl da sind, aber wir können sie nicht für uns selber sehen. Es ist etwas, was sicherlich nicht einfach ist, aber letzten Endes zum Beispiel viele Künstler ein zwölftes Haus haben, wo sie sich der eigenen, ja, der eigenen Magie, die ja schon nahezu da ist, gar nicht bewusst sind und das trotzdem aber tun, weil sie gar nicht anders können. Und auch du, wenn du ein zwölftes Haus hast, solltest mal reingucken, welche tiefsitzenden Ängste du vielleicht hast oder Blockaden oder Schattenseiten, die du selber in dir selber gar nicht erkennst oder weißt, dass die überhaupt da sind. Ja, als zwölfter Haus ist auf jeden Fall ein Einblick, den du in deine tiefe Psyche finden kannst und du kannst für weitere Infos, ja, einmal im Horoskop gucken, wo hast du das Zeichen der Fische, wo neigst du zum nicht ganz klar sehen, idealisieren, romantisieren vielleicht auch, aber auch vielleicht hast du da nicht genug Grenzen und vielleicht ist das ein Bereich, wo du mehr Grenzen aufbauen musst oder wo du dir selber über etwas gar nicht bewusst bist. Genauso wie wo du den Planet Neptun stehen hast oder auch Jupiter, das ist der Co-Herrscher von den Fischen, das gibt dir mehr Informationen über dieses Haus auch oder über diesen Lebensbereich in deinem eigenen Leben, wo du dir vielleicht, ja, selbst im Weg stehst. So, das ist also die Zusammenfassung von diesen Häusern, die deine eigenen Schattenseiten dir zeigen können im Horoskop. Und weil ich ja eben so lieb bin und ich das nicht nur alleine machen lasse, werde ich eben eine Serie zu der Psychologie jedes einzelnen Tierkreiszeichen veröffentlichen, wo du die Schattenseiten von jedem Haus des Tierkreiszeichens ausgehend vom ersten Haus, also vom Aszendenten, sehen kannst und verstehen und nachvollziehen kannst. Und dir selber also bewusst werden kannst über mögliche Schattenseiten in deiner eigenen Persönlichkeit. Wenn dir das Video gefallen hat, lass es mich also gerne wissen. Ich hoffe, dass es hilfreich war und war und unterstützend. Und ich bedanke mich natürlich auch für das Feedback, das ich dazu bekomme und auch die Unterstützung, weil das ermöglicht mir natürlich, weiter Content zu produzieren. Ich freue mich, dass du zugeschaut hast und auch wenn wir uns demnächst wiedersehen.